Musik Ja, jetzt werde ich bald 58 Jahre, aber mein Traum hat sich erfüllt. Endlich eine Hot Wheels Rennbahn. Was heißt eine? Gleich ein ganzer Haufen wo. Irgendwie habe ich dich als Kind nie gehabt. Du hast zwar noch Matchbox Rennbahn geheißen, aber jetzt ist es soweit. Und jetzt werden wir die schon langsam öffnen. Das ganze Spielzeug ist ab vier Jahre. Ja, ich bin ein bisschen drüber. So ungefähr 54 Jahre drüber. Aber man muss einmal beginnen. Der Camaro da drinnen ist ja auch nicht ohne. Das werden wir da reinbauen in die Bühne. Das ist ja da auch noch eine steuerliche Geschichte. Ein super Rennadrinnen. Cool. Vier Varianten kann ich mit dem Starter-Set abbauen. Da sieht man es genau. Ich glaube, ich werde mich für die zweite Variante entscheiden. Und natürlich dann kann man das immer erweitern. Auf der Rückseite sieht man es noch besser. Und jetzt die zweite Variante wieder. Die dritte. Und die vierte. So kann es werden. Das ist sichtbar, wenn man die Schachtel aufmacht. Dass sie erholen bleibt. Und das werden wir jetzt gleich machen. Sichtbar noch nicht los. Die erste Variante. Das ist eine tolle Suche. Und jetzt klopft die ganze. Die ist ab vier Jahre. Ich bin klopft drüber. So vieler kommt es gehört drüber. Und jetzt werden wir schauen, ob man die Starter-Set auch zusammenkommen können. Und jetzt ist es genau gekommen, sondern weißt es, wie man es öffnet. Das ist eigentlich schlecht. Jetzt werden wir mal schauen, ob das aufsieht. Und da hat sich glaube ich der Vierjährige Spende geschnitten. Und der ist. Ich mache jetzt die Teil. Okay. So, jetzt ist der große Anblick. Wir werden sie jetzt öffnen. Meine erste, meine erste Hot Wheels-Rendbahn. 58 Jahre. Wir werden jetzt machen. Da ist es. Alles sehr schön. Und die ganzen drinnen werden wir jetzt zusammenbauen. Da ist das Auto drinnen. Ich wünsche mir jetzt zwei Seiten dazu. Da haben wir dann drunter Das dürfen wir die Treiber sehen. Jawohl. So wird das ganze Antrieb. Natürlich gibt es schon Probleme, weil wir keine Batterien dazu haben. Da ist der Batterie-Tasten. Da sind ja noch die richtig großen Batterien. Die werden wir jetzt öffnen. Das schüttet man näher und raus. Das muss ich mal erst waschen. Also man sieht zu Recht, ist das jetzt nicht zugesachen worden. So wird es aufwäst. So wird es aufwäst. Ah, der fährt schön. Warte, wie es gehört. Schienen. Das werden wir schon zusammenbringen. Das sind wir eigentlich blamiert. Jetzt werden wir nur schauen, wie wir so das Auto ausserbringen. Das haben wir. Das ist schon mal. Das ist es so das Auto ausserbringen. Das sind wir also. das ist es wie es nicht erwischt. Wir wissen nicht, wie es wir jetzt nicht spielen. Da ist es so. Ein schöner Flitzer, der wird die Fahnen so hinunter raschen, das war mal der Test, fahren durch, einmal probieren wir es noch aus, dass es so schön war, und eins, zwei, drei, drei, los gehts! Der Betsy kommt auch schon daher, Betsy, schau Betsy, schau Betsy, schau, Betsy, schau, hey! Das ist ja der Unterpopplung, aber so wird das, ich glaube, das wird nichts werden, aber bitte, es steht um vier Jahre, wenn sie das können, dann wird es schaffen, Verhurschaften kann ich jetzt nur sagen, jetzt gehen wir es auf, das steht auch schön. Und wie es weitergeht mit der Rennbahn, seht ihr im zweiten Teil, die, die 58 Jahre, bekommt erste Hotfields-Rennbahn. Im zweiten Teil nicht versäumen. Wir werden es schon, ciao!